Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Elektroller Futura und in diesem Video präsentiere ich euch unser allerneuestes Elektromobil und zwar den Futura 2. Und das ist ein 45 kmh Elektromobil und das Besondere an dem ist, dass ihr einen 45 Ampere Lithium Akku habt, aber der ist herausnehmbar und das gibt es eigentlich in Deutschland noch nicht. Und zwar sind alle Akkus bei diesen Elektromobilen fest verbaut, also allen, die in Richtung Auto gehen, sage ich mal. Und wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, es gibt so viele Leute in den Städten und da muss es auch eine Möglichkeit geben. Und jetzt haben wir es, wir haben einen 45 Ampere 60 Volt Akku, der ungefähr 12 Kilo wiegt, den man herausnehmen kann. Und in der 45er Version bekommt ihr die THG Prämia, das bedeutet ihr kriegt 375 Euro Förderung pro Jahr. Dazu haben wir auch einen Blogbeitrag, wie das funktioniert, den findet ihr unten in der Beschreibung des YouTube Videos. Die Versicherung für dieses Auto kostet nur 60 Euro im Jahr und die Stromkosten sind ungefähr 1,10 Euro bei den derzeitigen Stromkosten auf 100 km. Das bedeutet, wenn ihr dieses Auto fahrt, dieses Mini-Auto nenne ich es mal, und dabei dann auf das Auto verzichtet, spart ihr extrem viel Geld, weil ihr kriegt 375 Euro pro Jahr. Damit habt ihr definitiv eure kompletten Stromkosten mit drin und ihr habt nur 60 oder 50 Euro Versicherungskosten. Also wenn ihr zum Beispiel zwei Autos habt und ihr macht ein Auto weg, ein Auto kostet ungefähr 300, 400 Euro pro Monat durch die Anschaffungskosten, Versicherungen, Unfälle, die hohen Spritkosten. Das heißt, ihr spart so, so viel Geld mit diesen kleinen Kabinenrollern oder Mini-Autos. Wie gesagt, alle Infos zur THG Prämie im Blog bei uns. Wie natürlich, falls es mal sehr heiß ist, haben wir auch noch eine Klimaanlage. Aber wir haben auch einen Touch-Display, ja, in deutscher Sprache sogar. Und ich denke, das ist was ganz, ganz Besonderes. Wie ihr sehen könnt, eine super Verarbeitung. Der hat auch Bluetooth und da kann man dann auch seine Musik hören, da kann man sein Handy verbinden. Und da ist die Sprachauswahl, wie ihr sehen könnt. Und das Fahrzeug wird es bei uns zu kaufen geben ab August und kann jetzt schon vorbestellt werden, der Futura 2. Auf der Homepage von Elektro oder Futura. Und auch wenn ihr Händler seid, wir haben super Händlerpreise, meldet euch einfach bei uns. Die Kontaktadressen sind unten in der Beschreibung des YouTube-Videos. Und wie ihr sehen könnt, es ist ein richtiges kleines Auto, sag ich schon mal, wie so ein Mini-Auto. Und da habt ihr ein Lenkrad, ihr könnt das dann sozusagen verstellen, das Fahrzeug. Und wie ihr sehen könnt, das ist einfach eine super Qualität. Es ist einfach, ihr habt Gas und Bremse, ihr habt keine Gänge. Wie gesagt, es ist 45 kmh oder 25 kmh mit 2000 Watt. Und ihr kommt mit dem 45 Ampere Akku mit 60 Volt, habt ihr eine Reichweite von 60 Kilometern. Und warum haben wir das gemacht? Natürlich habt ihr auch einen Scheibenwischer, alles drum und dran. Die Heizung ist natürlich auch mit dran. Und wir hatten halt einfach gedacht, für die Leute in der Stadt muss es doch eine Möglichkeit geben, dass man den Akku herausnehmen kann. Und wie ihr sehen könnt, sind das zwei Sitze. So, und jetzt kommt das Besondere. Der Akku, wie ihr sehen könnt, ist nicht schwer mit 12 Kilo. Das ist der gleiche Akku, der auch bei uns im HL 6.0 verbaut wird. Und den könnt ihr jetzt hier einfach reintun. In den Rücksitz ist ja ein Zweisitzer. Und dann schließt man den einfach an. Ihr bekommt ja dann bestellt auch so eine Kiste, sage ich mal eine Metallkiste, um den Akku zu fixieren, damit der nicht hin und her fliegt. Und ihr könnt den hinten aufladen am Auto, also direkt am Auto. Oder ihr entnehmt den Akku und ladet den zu Hause. Was ja mega praktisch ist und was es bis jetzt in Deutschland nicht gibt für ein E-Mobil. Alternativ könnt ihr auch zwei Akkus reinmachen. Dann habt ihr statt 60 Kilometer 120 Kilometer Reichweite. Also sprich, ihr habt dann zwei 45 Ampere Akkus drin, direkt nebeneinander. Oder das ist natürlich auch super. Das könnt ihr auch bei uns bestellen. Und wie gesagt, das Fahrzeug fährt 45 kmh Spitze als 50er, aber es gibt es auch als 25er. Und dann fährt es natürlich 25, für die Leute praktisch, die einen Mofa-Führerschein haben. Oder die ein gewisses Alter haben, weil dann dürften die das komplett ohne Führerschein fahren. Die Reichweite beträgt 60 Kilometer. Wie gesagt, es ist ein Zweisitzer. Eben haben wir jetzt gesehen hinten, dass die Rückbank aufgemacht wurde für den Akku. Aber normal ist die Rückbank ja zu und dann ist es ein gemütlicher Zweisitzer. Wobei natürlich vorne mehr Platz ist als hinten, was man auch sagen muss. Und wie gesagt, das Auto hat coole LED-Effekte, wie man sehen kann. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Hier alle noch mehr Infos, Fotos, alles was ihr braucht, findet ihr auf der Homepage von Leckrolo Futura. Und da seht ihr nochmal alle Details und da auf der Homepage, wie gesagt, sind alle, alle Infos. Und wenn ihr Händler seid, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und ihr seht da nochmal die Rückbank, wie es aussieht. Und ihr habt die Rückbank in 5 Sekunden aufgeklappt, um den Akku rauszuholen. Das geht ganz schnell, das sind nur zwei Schrauben. Dann vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und genau, was ich schon vergessen habe. Wenn ihr Fragen habt zu dem Auto, postet die doch in den YouTube-Kanal oder schreibt uns. Wir freuen uns immer über eure Kommentare. Und wenn ihr das Video mögt, liked das doch, teilt das doch. Wir freuen uns darüber. Dankeschön. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura. E-Bike und Elektro-E-Scooter. 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 Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura.